Mein Name ist Gerhard Spahn und ich wohne hier in dem wunderschönen Mitterbach. Was Mitterbach für mich am meisten auszeichnet, ist ein enormer Erholungswert und Freizeitwert. Du hast alle Möglichkeiten im Winter, aber auch in den anderen Jahreszeiten. Mitterbach hat noch einen Vorteil, dass es natürlich durch die Maria-Zeller-Bahn, auch im Bereich von St. Pölten bis Maria-Zell, durchaus gut an den öffentlichen Verkehr angebunden ist. Ich allerdings benutze die Bahn vor allem für die wunderschönen Wanderungen durch unsere Ötchergräben. In Mitterbach zu wohnen kann ich also nur empfehlen, auch weil das Zusammenleben hier sehr harmonisch ist. Ich bin der Gerhard Spahn und lebe gerne in Mitterbach.